Das Training hat mir nochmal neue Tools geschenkt, mit denen ich noch mehr spielerisch umgehen kann und auch sie untereinander ergänzen kann, wenn ich mit Menschen und vielleicht auch bei Fernheilung mit Tieren oder Pflanzen, allem was Leben ist, arbeiten kann. Die beste Erfahrung im Workshop mit Martin Petersen war, dass es eine unglaublich leichte Art ist, mit Menschen zu arbeiten, um an wirklich den Ursprung zu kommen, von Blockaden im Leben, Dingen, die sich immer wieder wiederholen, Emotionen, die blockieren, umgehen zu lernen beziehungsweise sie auf spielerisch der Art und Weise auch loszuwerden. Und man kann mit jedem arbeiten, egal ob er schon eingewiesen ist, in diese Art mit der Hypnose oder Entspannungstechnik umzugehen oder nicht. Das Training mit Martin Petersen zeigt, dass er lebt es auch, dass man ihm auf einer Ebene Auge zu Auge begegnen kann, er mit keinem Wissen zurückhält und es ihm wirklich ein Anliegen ist, Knoten aufzulösen in jedermanns Leben und es auf spielerische Art und Weise zu lösen mit sehr viel Freude und diese Freude spiegelt er wieder und man merkt, dass er selber Spaß hat. Also er ist ein Spaßvogel zu dem, den man aber ernst nehmen muss.